Für mich der Teil 2, für Sie vielleicht der erste Teil heute an diesem großen Opening zu 200 Jahren, Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler. Schüßler war ein genialer Geist und dass es auch heute noch so ist und auch in der Zukunft, wollen wir mit dieser Festveranstaltung zeigen. Er hat ein Therapiesystem erarbeitet, das nach über 150 Jahren weltweit noch funktioniert. Und ich frage Sie allen Ernstes, welcher Arzt kann das von sich behaupten? Wir haben heute Nachmittag das Thema gewählt, Ernährung, Stoffwechsel und Entzündungen. Warum? Weil manchmal die Zeiten sich ändern, so auch bei Schüßler, hatten wir nicht die Umweltbelastungen, die Spritzmittel, die Schadstoffe, die Antibiotika, die chemischen Strukturverbindungen und all diese Dinge, die doch zusätzlichen Organismus sehr belasten können. Und wenn man dann, wie ich, im Alltag tätig bin mit vielen Hunderten von Patienten, dann erfahren Sie manchmal, dass es auch Blockaden gibt, die Regulationsblockaden. Und davon möchte ich Ihnen heute Nachmittag erzählen, aus der Praxis für die Praxis, denn ich wollte einen Kontrapunkt setzen zu dem Festvortrag morgen Abend, wo ich Ihnen historische Fälle aus der Weltliteratur vorstelle, wo man zeigt, wie Ärzte geheilt haben zu Zeiten ohne Antibiotikum, was wir auch heute noch können, weil die Regulation macht der Körper und was wir vielleicht für die Zukunft übernehmen, wenn die multiresistenten Keime immer mehr werden. Und deswegen lade ich Sie jetzt ein, legen wir los, Ernährung, Stoffwechsel und Entzündungen. So, jetzt war ein Präsenter, der Präsenter nicht. Ah, da bin ich. So, also, das zu meiner Person, also Fahrer zur Allgemeinmedizin, die Zusatzbezahlung Naturheilverfahren, Akupunktur, Homöopathie, Manuelle und Sportmedizin, sogar Palliativmedizin. Das ist die Medizin für den sterbenden Patienten. Ich bin davon überzeugt, wir können da sehr viel Gutes mit der Naturheilkunde tun. Und ich war zwar ja in einer onkologischen Klinik tätig und es ist beeindruckend, wenn man das sieht, wie der Patient Opiatpflaster hat. Die Opiatpflaster ist das Stärkste, was wir haben, nicht mehr wirken. Und Sie geben dann ihm eine Moorextrakt, intravenöse Gabe, Solum. Und plötzlich ist der Schmerz innerhalb von zwei, drei Stunden weg. Wenn Sie das einmal machen, sagen Sie Zufall. Wenn Sie das zweimal machen, sagen Sie, hm? Wenn Sie es zehnmal machen, dann sagen Sie, aha. Weil der Tumor ist ja nichts anderes wie der Prozess des verfaulenden Gewebe. Und das ist Solum. Das ist das Moorextrakt, was die Vala als Ampullen hat. Und es ist interessant, dass ich das dort machen durfte, um mal zu sehen, wie kann man regulieren. Das ist die ganzheitliche Medizin. Das heißt, wenn ein System versagt, können wir mit anderen blockierten Systemen etwas in Gang setzen. Und es ist eine Wohltat dann für den Patienten. Und deswegen sage ich ja offen und ehrlich, auch als Ausbilder an der Universität, auch als Fachgutachter für die Ärztekammern, da bin ich tätig für Naturheilverfahren, Akupunktur und Homöopathie, dass die Naturheilkunden einen großen Bestand haben. Die Menschen möchten es nicht nur, sondern wir brauchen es in der ganzheitlichen, komplementären Medizin, in der integrativen Medizin, wie man so schön heute sagt. Und da möchte ich Ihnen heute einen kleinen Einblick geben. So, also, Hinweis für diejenigen, die das jetzt hier mitschneiden, dass sie diesen Vortrag nicht einfach für andere Zwecke nutzen dürfen, weil da Bildrechte drin sind und das ist das Schwierige. Schauen wir uns mal von innen an. Der Darm als Einblick in den Mikrokosmos. Wenn ich zu meinen Patienten sage, was ist die größte Kontaktfläche zwischen ihrem Körper und der Außenwelt, seien alle die Haut. Ja, weil die können wir uns anschauen. Im Spiegel von hinten, von vorne können wir uns runterschauen. Die Haut hat eine Oberfläche von genau zwei Quadratmetern. Also eine vorne, ein Quadratmeter hinten, zwei Quadratmeter Kontaktfläche. In der Lunge sieht es schon anders aus, das 50-fache. Das zeigt also schon mal an, dass unsere Lunge eines der immunstärksten Abwehrorgane ist, das wir besitzen. Aber das Allerstärkste ist nämlich der Darm. Dort haben wir eine Oberfläche von 500 Quadratmetern. Da wird es nicht sehen, ist uns kein Bewusstsein. Und deswegen ist das das Interessante, denn dort haben wir genau das, was immunologisch eine große Bedeutung hat. Anatomisch ganz kurz, wir haben oben die Mundhöhle. Und da sehen wir auch schon diesen dicken Muskel, das ist die Zunge. Wenn Sie die Zunge rausstrecken, ist es sowas langes, spitzes. Aber dass das ein dicker, fetter Muskel ist, sieht man nur im Querschnitt. Und das erklärt auch, dass wenn jemand bewusstlos ist, dieser Muskel von hinten nach hinten rutscht und die Atemwege verlegt. Deswegen die stabile Seitenlage, die ja jeder Autofahrer auch heute noch lernen muss. Stabile Seitenlage. Die Speise rutscht dann über die Speisrohr in den Magen. Der Magen entleert sich alles in den ersten Abschnitt des Dünndarms. Das ist der Zwölffingerdarm. Dieses Gewurschtel hier im Bauchmitte ist der Dünndarm. Und jetzt wird es interessant. Auf der Abbildung ist er rechts rechts. Das ist ja meine rechte Hand. Das ist meine linke. Ich gehe mal vom Patienten aus. Also ist es hier auf der Abbildung. Der rechte Unterbauch für Sie links. Und dort im rechten Unterbauch ist der Übergang vom Dünndarm in den Dickdarm. Und genau dort gibt es einen Darmabschnitt, der heißt Blinddarm. Und dieser Blinddarm hat auch einen Wurmfortsatz, das ist dieses Würmchen hier, das sich entzünden kann. Bei akuten Blinddarmentzündungen wird nur dieser Wurm entfernt, der Blinddarm als solches bleibt. Zum anderen gibt es dort eine Struktur, die Bauhinsche Klappe oder Iliuzekalklappe. Und diese Struktur ist deswegen wichtig, weil bisher gemäß der Erdanziehung alles von oben nach unten fällt. Jetzt muss aber der verdaute Speisebrei, den wir jetzt schon Stuhl nennen, nach oben transportiert werden. Der aussteigende, der quer verlaufende, der absteigende Dickdarm, S-förmig, Mastdarm, After. Nachvollziehbar? Sehr gut. Und interessanterweise haben sehr viele Menschen rechts Rückenschmerzen, manche auch links. Anatomisch, jetzt spannend, wenn ich hier genau durch diese Struktur nach hinten mit einem Draht durchstoßen würde, lande ich wo? Also hier durch diese Blinddarmregion nach hinten, dann lande ich anatomisch direkt hinten an dem Kreuz-Darmbein-Gelenk, das Iliosakral-Gelenk. Und das sind Millimeter nur Strukturen, aber die können sich entzünden und dem Patienten chronischer Rückenschmerz bereiten. Ist es links, dann ist es der chronisch entzündliche, S-förmige Abschnitt. Das heißt also, die Divertikulose, die manche schon kennen, das sind Ausstülpungen am Darm und die können sich entzünden. Und die machen diese Funktionsstörungen auf der linken Seite. Der Patient, der aber Rückenschmerzen hat, geht wohin? Der geht zum Orthopäden. Der Orthopäde kennt nur sein Bewegungsapparat und dann ist Schluss. Den Zusammenhang zwischen Rücken, Bewegungsapparat und Darm kennt er nicht. Deswegen erwähne ich es hier, dass sie vielleicht ein bisschen mehr lernen und mehr können und sagen, hoppla, da gibt es auch andere Therapien. Auch heute Morgen, als ich die Salben besprochen habe, habe ich ja den Hinweis gegeben, dass die Osteopathie die höchste Form der Physiotherapie ist, weil sie mit den Fingerspitzen sehen. Diese Menschen sind sehr, sehr gut ausgebildet und häufig, wenn ich den Bauch abtaste meiner Patienten, spüre ich in dem rechten Unterbauch eine Verquellung. Und dann schicke ich den zum Osteopathen. Der Osteopath öffnet diese, das ist ja nur eine muskuläre Struktur, diese Iliosekal-Klappe. Und plötzlich danach entleert der Patient zwei, drei Portionen Stuhluhr, sich wundert, wo die herkommen. Und am nächsten Morgen steht er auf und hat keinen Rückenschmerz mehr. Das ist nicht Magic, das ist nicht Zauberei, sondern das ist ganzheitliche Therapie. Okay, jetzt geht es weiter. Die Bauchspeicheldrüse liegt genau hinterm Magen. Wir haben hier die Gallenblase, die Lebes da weggeschnitten. Das ist dieser erste Abschnitt des Dünndarms der Zwölffingerdarm. Warum Zwölffingerdarm? Weil der genau zwölf Finger lang ist. Das Chirurg hat zehn Finger und der Kollege zwei, das ist genau zwölf Finger. Das haben schon die alten Ägypter erkannt, weil die da operiert haben. Und die haben erkannt, Achtung, da mündet einmal der Saft der Gallenblase und die Bauchspeicheldrüse durch den gemeinsamen Einführungsgang in diesen Zwölffingerdarm. Und deswegen ist diese Region auch heute noch bei den Chirurgen Achtung, Achtung, weil da gibt es sonst funktionelle Störungen, die heftig sein können. Deswegen nur zum Verständnis. Die Bauchspeicheldrüse hinter dem Magen. Die Bauchspeicheldrüsen sieht man auch im Ultraschall fast nicht, weil ja immer der luftgefüllte Magen bevorsteht. Das heißt, erst durch Schichtaufnahmen können wir heute dieses Organ darstellen. Häufig dann, wenn Patienten gürtelförmige Schmerzen haben. Meistens im Alter zwischen 15 und 70 Jahre. Und dann ist es häufig ein Tumor. Das ist schlimm, denn ich habe ja zwei Jahre in der Tumorklinik gearbeitet und die Patienten hatten ein halbes Jahr vorherrschenden Schmerzen, immer wieder Schmerzen. Und keiner kam auf die Idee, mal einen Oberbauch-CT zu machen. Und wenn man genau hinguckte, dann war doch da ein Tumor. Also das nur am Rande bemerkt. Also ein wunderbares Organ, aber anatomisch schwer darstellbar in der Diagnostik. Wenn wir nun in den Darm schauen, dann wissen wir, dass in einem Kilo Bakterien ca. 400 bis 500 verschiedene Darmbakterien leben. Die können wir heute Nachmittag alle nicht kennenlernen. Aber die wichtigsten möchte ich Ihnen mitgeben. Warum ich diese Folie bringe, ganz einfach. Das sind 100 Billionen Stück. Da hat ja mal ein Amtsarzt viel Zeit und hat mal die Körperzellen gezählt. Und wir wissen heute, dass wir 10 bis 100 Mal mehr Darmbakterien in unserem Körper haben, als wir Körperzellen besitzen. Und somit erübrigt sich die Frage, wer bei uns den Takt angibt. Nämlich unsere Darmbakterien. Aha. Und deswegen dieser kleine Cartoon. Unsere Wirte, sie eilen sich immer noch für die Krönung der Schöpfung. Also es sind ja wir. Wir glauben, wir sind die Krönung der Schöpfung. Und wenn die alle wüssten, dass sie doch nur bauchgesteuert sind von Millionen hochintelligenter Darmbakterien. Deswegen haben sich die Darmbakterien hier alle das Krönchen aufgesetzt, weil sie aus ihrer Sicht die Krönung darstellen. Und nicht wir. Ohne diesen Darmbakterien wäre der Mensch nicht der, der ist heute. Wir wären schon längst ausgestorben. Und das muss uns auch klar sein. Das heißt, unser Immunsystem hat eine große Rolle. Und deswegen, wenn der Darm richtig funktioniert, das sagte auch der Hippokrates schon, ein griechischer Arzt auf der Insel Kos, der 460 bis 370 vor Christus lebt. Also vor nahezu zweieinhalbtausend Jahren. Ein gesunder Darm ist der Garant für ein gesundes Leben. Irgendwann sagt er auch, eure Heilmittel sind eure Nahrungsmittel und die Nahrungsmittel sind eure Heilmittel. Das heißt, die Darmbakterien schließen unverdauliche Bestandteile auf, die wir früher dummerweise als Ballaststoffe bezeichnet haben. Aber die Ballaststoffe sind kein Ballast, sondern müssten Deluxe mit Sternchen heißen. Denn wer zu wenig Ballaststoffe mit der Nahrung aufnimmt, bekommt eine Verstopfung. Das heißt, Patienten mit einem trägen Darm essen zu wenig Ballaststoffe. Diese Darmbakterien bilden aber auf der anderen Seite Vitamine, zum Beispiel die B-Vitamine, Grad B6. Erklärt auch die Bibel und Jesus fastete 40 Tage. Weil wenn der Darm funktioniert, können sie wunderbar sechs Wochen fasten. Der Darm versorgt uns mit den B-Vitaminen. Ist aber das Gleichgewicht gestört, funktioniert das Ganze so nicht. Er bildet Aminosäuren die Bausteine für die Eiweiße, er bildet auch Hormone. Das Glückshormon, das Sie alle kennen, die Endorphine, aber das andere? Serotonin, richtig. Das Glückshormon. Das heißt also, unser Darm bildet Serotonin, das dann da oben in der Birne wirkt. Spannend, oder? Das heißt also, alle depressiven, psychisch veränderte Patienten müssten eigentlich mal nach ihrem Darm gucken lassen. Aber glauben Sie, einer meiner Kollegen kommt mal aus der Psychiatrie oder der Neurologie oder der psychosomatischen Medizin und sagt, Emrich, ja, stimmt. Guckt doch mal nach dem Darm. Die können ja selber danach gucken. Sie sollen nur eine Stuhlprobe einschicken, dann weiß ich ja alles. Da gibt es noch viel Nachholbedarf, dass diese Verbindung zwischen den einzelnen Disziplinen in der westlichen Medizin, wo wir ja den Internisten haben, dann haben wir den Orthopäden, dann haben wir den Gynäkologen, dann haben wir den HNO-Arzt, der kümmert sich nur, was oben ist, der Urologe nur, was unten ist. Das sind die Teile, aber in der Medizin, der Naturheilkunde sehen wir den Menschen als ganze Einheit. Und das ist genau dieses Prozedere, dass wir hier im Darm oftmals das Problem haben. Beispiel Vitamin D. Wie viele Menschen glauben, haben sie genügend Vitamin D? Sie sind doch schon schön braun. Unsere Rentner kommen aus Gran Canaria im Oktober. Und die meisten werden von denen dann im Dezember depressiv, weil drei Monate rum sind. Und da sehen wir häufig, dass gerade der braungebrannte Patient zwar braun ist, das heißt, dieses Stimulationseffekt des Sonnenlichtes macht die Haut braun, die Melanozyten bilden sich, aber die Vitamin D-Produktion mitnichten wird hochgefahren. Und das erfahre ich seit fünf Jahren, nämlich erst seit fünf Jahren weiß ich es, auch durch Kurse. Und dann schaue ich gezielt bei diesen Patienten nach, die chronisch krank sind, denn Vitamin D hat einen großen Einfluss auf unser Immunsystem. Kurzum sind die essentiellen Fettsäuren, die mit der Birne hier oben, wo wir Nervenzellen haben, und die Nervenzellen im Bauch kommunizieren. Und diese Fettsäuren sind sehr, sehr wichtig. Und es gibt mittlerweile Bakterien, die zerschneiden diese Fettsäuren und dann funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Da gibt es eine Forschungsgruppe um einen Ulmer Wissenschaftler, der auch mit dem schwedischen Wissenschaftler im Austausch steht. Und die sind davon überzeugt, eine akute Psychose ist nichts anderes wie eine Kommunikationsstörung zwischen Bauchhirn und Kopfhirn. Es gibt auch ein tolles Buch, das zweite Gehirn. Wenn Sie mal Zeit haben, weil so Regenwetter hier im Bad Zwischenhandel haben, die haben auch eine Bibliothek. Vielleicht gibt es das Buch hier, das zweite Gehirn, sonst besorgen Sie es in jeder Bibliothek erhältlich. Und dieses Buch, das zweite Gehirn, erklärt Ihnen diese Hintergründe. Das heißt also, unser Darm hat viel, viel mehr. Und die essentiellen Fettsäuren sind die Fettsäuren, die wir mit der Nahrung aufnehmen müssen oder von unseren Darmbakterien geliefert kriegen. Vorausgesetzt, die liefern uns diese, weil sie in genügender Menge dort auch von den Darmbakterien gebildet werden. Das heißt also, 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen im Darm. Sie trainieren unser Immunsystem, versäulen die Darmschleimhaut mit Energie. Denn die Darmschleimhaut muss ja jetzt gucken, was kommt da an. Kommt da jetzt ein Roche-Bahn mit Kartoffelsalat an? Das ist gut, das kann ich aufnehmen. Oder kommen da Umwelgifte, Schadstoffe, Spritzmittel? Die sollen ja draußen bleiben. Und genau das kontrolliert unsere Darmschleimhaut. Und das macht sie mit dem Immunkörperchen, dem Sekretonisch-Immunglobulin A. Ganz, ganz wichtig. Der dazu nichts weiß, kann ich es kurz sagen. Das ist eine Substanz, die von den Schleimdrüsen des Darmes gebildet wird. Das ist dann vorausgesetzt, wenn geniegend Laktobacillen, die Milchsäuerbakterien, die Schleimdrüsen des Darms, stimulieren. Und dann wird es sezeniert und legt sich dann wie eine Tapete auf die Wand. Dann ist der Darm dicht. Es ist zu wenig Tapete drauf, dann sehe ich schon den Gips drunter. Und wenn sich dann die Backsteine aus der Darmwand lösen, also vergleichbar mit der Wand, dann haben wir ein Liegegat-Syndrom, das Syndrom des durchlöcherten Darms. Und das können Sie alles heutzutage in einem ganz immunologischen Test im Darm nachweisen. Das ist also Alpha-1-Antitrypsin oder Zonulin für die Aufgeweckten unter Ihnen, die das gleich morgen beim Arzt testen lassen wollen. So, links ist jetzt links, rechts ist rechts. Also, das hier ist eine elektromikroskopische Aufnahme. Die hier zeigt eine ganz gesunde Darmflora, da sind Milliarden von Bakterien, Rasen. Hier haben wir eine gerade Landschaft, das ist die kranke Flora. Das heißt, wir haben hier diese stäbchenförmigen Bakterien, die Darmwand und hier ein paar Makrophagen, also Fresszellen, die eigentlich so wie der Staubsauger durchs Wohnzimmer allen Krümel aufsaugt, machen diese Makrophagen eigentlich die Eiweiße durch Bakterien und durch Virusinfektionen wieder weg. Die sind also grandios, diese Makrophagen. Und optisch sehen Sie ja einen deutlichen Unterschied. Sehen Sie ja, links sieht deutlich anders aus wie rechts. Wenn Sie aber zu einer Darmspiegelung gehen, dann sieht der Kollege, der dort die Koloskopie durchführt, das alles nicht. Das sind elektromikroskopische Bilder aus dem Labor. Was der sieht, sieht eigentlich nur oberflächliche Entzündung oder ein Polyp oder ein Tumor. Wenn er diese drei Dinge nicht sieht, dann sagt er, alles in bester Ordnung. Und trotzdem haben dann die Patienten Beschwerden. Hierzu eine kleine Anmerkung. Das heißt also, Darmkeime überziehen unsere Darmschleimhaut wie so eine Schutzschicht. Wir haben 500 Quadratmeter Oberfläche. Und wenn jetzt nun diese Durchlässigkeit entsteht, dann können Giftstoffe, Schadstoffe, Krankheitserreger über den Darm ungehindert in die Blutbahn, durch die Blutbahnverbindung zwischen Darm und Leber, und das nennt man Pferdader. Und dann sprechen wir Neudeutsch von dem Krankheitsbild Ligigat. Ich zeige es Ihnen hier. Das ist in der Darm. Das ist die Darmwand. Und hier außen haben wir Lymph- und Blutgefäße. Und wenn jetzt diese Darmschleimhaut hier durchlässig wird, dann rutschen diese rote Teilchen, das sollen ja mehr oder minder diese Giftstoffe, Schadstoffe sein, hier durch. Und dann haben wir das Problem. Normal sollten die Ungehindert mit dem Stuhl ausgeschieden werden. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Weil es ist das Immunsystem. Und dieses Immunsystem, da tasten wir uns langsam hin, hat ja schon Schüsseler erkannt, wenn es mir gelingt, immer eine Entzündung komplett zum Abheilen zu bringen, dann kriegen die Patienten keinen Tumor. Spannend. Das hat aber Schüsseler vor 150 Jahren schon gedacht. Und andere wie der Herr von Kost, Sie erinnern sich, Hippokrates, zweieinhalbtausend Jahre länger, hat es auch schon gewusst. Und wir wissen es heute auch. Jeder Tumor entsteht durch eine chronische Entzündung. So, das heißt also, was ich Ihnen hier zeigen möchte, ohne dass Sie es wissen, aber die Wissenschaft hat schon aufgedeckt, obwohl es schon seit Jahrtausenden so läuft, weil sonst wäre die Menschheit schon längst ausgestorben, ist eigentlich, der Körper hat hier nun ein Bakterium. Nehmen wir an, das ist so ein Salmonellen-Bakterium, das nochmal Durchfall erzeugen kann. Unser Abwehrsystem ist fit, entdeckt das Bakterium, das ist also jetzt nicht der Escherichia-Kolea oder der Lactobacillus, also der Milchsäurebakterien, die gesunde Darmflora gehören, sondern das ist jetzt ein krankmachendes Bakterium. Und die Fresszelle der Makrophage wird da präsentiert. Der sagt, Ui, das ist wirklich einer, den müssen wir ausnutzen. Dann werden hier Signalaustausch, findet statt. Dann haben wir hier diese Lysosomen, die werden mobilisiert. Und dieser Makrophage bäumt hier solche Ärmchen aus, schließt das Ganze, dann ist es wie so ein Tank und dann werden die Lysosomen-Inhaltsstoffe, die Enzyme aktiviert, es kommt zur Lüse und das Ganze ist eigentlich wie bei Edgar Wallace, wenn die Leiche im Salztank aufgelöst wird und die Polizei keine Leiche mehr findet. Und das läuft bei uns tausendfach ab, ohne dass Sie das wissen müssen. Und das nennt man Immunsystem, auf einfache Art dargestellt. Das heißt also, jeder Zweite hier im Saal hat eine Untersuchung ergeben, jeder Zweite, also 50% der Bevölkerung in Deutschland, leidet unter sogenannten Symptomen wie Blähungen, Übelkeit, Verkrampfungen, Appetitlosigkeit, Verstopfung und Durchfall und so weiter und so fort. Und diese Krankheitssymptome kommen dann zu Syndromen. Und dieses Syndrom ist zum Beispiel ein Vitalitätsverlust. Warum? Weil diese Darmbakterien sitzen ja zuerst am Futtertrog. Das heißt, selbst wenn Sie sich mit der besten Ökokost versorgen und Sie haben krankmachende Bakterien im Darm, die Fäulnüsse und Gärprozesse initiieren, fressen die diese tollen Vitalstoffe auf und sagen, wow, ich bin ja hier im Schlaraffenland und vermehren sich noch mehr. Wenn die Patienten natürlich dann Müdigkeit verspüren, dann ist häufig Fäulnüsse und Gärprozesse, drei Beispiele, die Sie sich jetzt merken sollten. Ammoniak, Biogene Amine und Endrotoxine, also Giftstoffe von den Darmbakterien, die drei Schlagworte, mit denen Sie jeden Professor überzeugen können, der zu Ihnen sagt, wir wissen nicht, dass die Naturheilkunde immer mit ihren Schlacken meint. Wir finden keine. Wir haben den Mensch untersucht. Und wenn ich dann solchen Professor beim Kongress treffe, sage ich dann immer zu dem, passen Sie auf, Ammoniak, Biogene Amine, Endrotoxine lernt jeder Student im vierten Semester. Und genau darum geht es. Und das muss raustransportiert werden. Und wie die Leber überlastet ist, dann wird sie müde. Denn der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. So. Und jetzt haben wir auch diesen Punkt schon mal geklärt. Wie viele Zeitgenossen sind müde? Die sind dauernd müde. Das sind die Schüler. Das ist das mittlere Alter. Wenn ich sage, oh, zwei, drei Stunden vor dem Computer, Buchhaltung, sind wir erschöpft, wir können nicht mehr konzentriert arbeiten, all solche Dinge oder auch der alte Mensch. Jetzt haben wir das Thema Depression. Depression ist ja nun Zustand, häufig ein Mangel an B6, häufig ein Mangel an Vitamin D, bloß keiner guckt danach. Und es gibt Antidepressiva. Und manche Patienten haben eine Verbesserung, aber viele eben nicht. Warum? Weil das Antidepressivum ja nicht die Ursache ist. Ich bringe immer das Beispiel meiner Patienten. Ich sage, Sie haben alle ein Autodein? Ja. Okay, sage ich. Toller Motor, viele PS. Ja. Was ist, wenn in einem einzigen Reifen die Luft fehlt? Kann die Kiste nicht fahren, oder? Das ist ja nur, wenn die Luft außerhalb vom Reifen ist. Ist Luft teuer? Der ganze Raum ist voller Luft. Aber wenn das Luft außerhalb vom Reifen ist, beim Auto, funktioniert das ganze Modell nicht. Nachvollziehbar. Das heißt, wir haben nur Luft als Ursache, warum diese ganze Karre nicht fährt. Und das überträgen wir jetzt auf den Patienten. Und deswegen wird es auch klar, dass dann Depressionen sich einstellen, die nicht besser wären, weil die Bausteine, Vitamin D oder B6, nur zwei Beispiele zu nennen, nicht vorhanden sind in ausreichender Menge. Das System kann nicht regulieren und der Patient bleibt seine unendlich dauersteife Depression. Dann haben wir Konzentrationsmangel. Klar, weil die Vitalstoffe fehlen, nämlich die B-Vitamine. Und die einen reagieren dann, wenn zum Beispiel Zink abwärts im Blutbild geht, also der Zinkmangelzustand, dass sie dann aggressiv werden oder Ängste entwickeln. Die unruhige Beine, Restless Legs-Syndrom ist, wir kennen es in der Naturheilkunde, ist Zinkum Valerianicum das beste Mittel. Es ist eine Zink, eine Baldrian-Zink-Verbindung. Man nimmt Erde, da gibt man viel Zink rein und dann setzt man oben drauf eine Baldrian-Pflanze. Was macht die Baldrian-Pflanze? Die nimmt das Zink aus der Erde auf, verstoffwechselt und wenn ich dann diesen Baldrian als Heilmittel einsetze, habe ich die beste Verbindung, Zink und Baldrian in einem. Zinkum Valerianicum als homöopathisches Mittel, beispielsweise das Beste für die unruhige Beine. Sie sehen, die Zusammenhänge ist klar, bloß setzen wir sie in der Therapie nicht immer ganz um. Und wenn jetzt diese Einflüsse noch durch die Darmflora gestört sind, wie zum Beispiel falsches Essen, abends Rohkost, dann haben wir häufig Patienten, die gehen dann um halb elf ins Bett und glauben, sie sind im neunten Monat schwanger. Also nicht nur die Frauen, sondern auch die Herren. Es bläht sie auf. Diese Gärprozesse sind da, wenn zu wenig Laktobazin, Milchsäuerbakterien, Bifido oder Endokokken sind. Und das ist das, was sie wissen müssen. Das heißt also, kein normaler Patient kommt dahinter. Deswegen braucht er Therapeuten, Erzheilpraktiker, der ihm sagt, pass auf, hier haben wir eine Störung in deiner Darmflora. Meistens ausgelöst durch Antibiotika-Gaben, auch Antibiotika in Brot. Es gibt ja den Trick der Brotbagger. Wenn ich Hefe nehme und in diese Hefe, die ja natürlich ist, die Hefe ist per Definition natürlicher Organismus, eine Gensequenz einschläuse von einem Antibiotikum, dann habe ich in der Hefengen, in dem Genom der Hefe, dieses Antibiotikensequenz drin und ich habe immer ein Brot, das nie schimmelt. Das weiß der Patient aber nicht. Und der Hersteller, der Bäcker, kann sogar drausschreiben, ohne Konservierungsstoffe. Und dieses Antibiotikum reduziert immer die Pilze im Darm. Die Pilze brauchen wir als natürlichen Gegenspieler wieder zu den Bakterien und somit haben wir eine Schräglage. Und wenn die Bakterien reduziert werden, dann wuchern die Pilze. Und das finde ich bei sehr vielen Patienten. Und wenn die Pilze wuchern, dann haben wir die Aflatoxin und noch weitere sehr starke Giftstoffe, die hier zusätzlich den Zellstoffwechsel belasten. Dann bewegen wir uns nicht so wie vor 1.000 Jahren. Wir sollten mindestens 10.000 Schritte am Tag gehen. Die meisten fahren mit dem Auto ins Büro fahren, den 17. Stock hoch, vielleicht mal zur Kaffeekanne und so wieder. Und abends wieder mit dem Aufzug runter, in die Tiefgarage, mit dem Auto heim. Das ist der Bewegungsmangel, Stress. Den haben wir heute alle, weil es noch höher, noch schneller, noch weiter. Vorschriften, die völlig manchmal abstrus sind. Und das nervt tatsächlich und das treibt den Stresslevel hoch. Medikamente, Abführmittel, haben wir ein Ballaststoffproblem. Antibiotika, die manchmal Leben retten können, aber die werden manchmal verteilt, wie Hustenbonbons. Und dann haben wir eine Dissonanz im Darm. So, und dann kommen noch Genussgifte dazu. Kaffee macht von Natur aus einen basischen Effekt. Unser Filterkaffee, wo wir röstern, in langem Wasserkontakt, werden diese Röststoffe herausgelösen, die machen es sauer. Ein Espresso, kurze Kontaktzeit vom Wasserdampf, hat nur das Aroma und der macht weiterhin basisch. Also trinken Sie Espresso und kein Kaffee. Alkohol in kleinen Mengen erlaubt, denn wir haben eine Alkohol-Dehydrogenase. Im Apfelsaft ist Alkohol drin, im Brot ist Alkohol drin, wie Sie ja alle wissen. Und deswegen haben wir von Natur aus eine Alkohol-Dehydrogenase, ein Enzym, der Alkohol abbaut. So, deswegen brauchen die Mütter nicht immer Angst haben, wenn man denen ein paar alkoholische Tropfen gibt, den Kindern. Aber die Tränen dann immer am Rad. Aber ich sage, mein Gott, guckt mal nach, im Apfelsaft, im Brot ist Alkohol drin, weiß kaum einer. Und deswegen erwähne ich es hier. Tabak, es gibt weltweit keine Studie, dass Tabak fördert, den Gesundheitszustand, deswegen, also bitte meiden. Wir haben, wir haben also eine große Sache. Die Darmflora, die Unterstützung, die Verdauung. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn ohne diesen Darmbakterien wäre unsere Verdauung nicht möglich. Sie stärkt unser Immunsystem, ganz klar. Und sie bietet natürlich einen Schutz gegen Krankheitserreger. Ohne diese bakterielle Besiedelung des Darmes würden wir häufig Infektionen haben. Vornehmlich aber auch Durchfallerkrankungen. Das heißt also, ohne diesen mikroskopisch kleinen Helfer wäre der Mensch nicht lebensnotwendig. Das ist eine Symbiose, die sich über Jahrtausend entwickelt hat, sodass der Homo sapiens sapiensis, so wie wir ja wissenschaftlich heißen, der aufrechtgehende, denkende Mensch, der ist, wie er ist. So, kommen wir zu dem, was Sie alle im Biologieunterricht lange, lange Zeit ist her, mal gelernt haben. Der pH-Wert. Der pH-Wert ist eine reine Definition, sagt etwas darüber aus, ob sich eine Substanz sauer oder basisch verhält. Die Skala geht von 0 bis 14, neutral ist 7. Das ist rein Definition, wie in Mathematik 1 und 1, 2 gibt. Das ist auch keine Logik, sondern doch, die Logik in der Mathematik ist, dass es dann 2 und 2, 4 gibt. Aber in sich ist die Mathematik nur Definition. Es gibt ja auch andere Zahlensysteme, da ist das nicht so. Und deswegen ist es nur Definition. Das heißt, wir definieren, 7 ist neutral, unter 7 ist sauer, über 7 ist basisch oder alkalisch, also zwei Namen für einen Zustand. Unser Blut, ein ganz besonderer Saft, sagte schon der Dichterfürst Goethe, hat einen pH-Wert zwischen 7,35 und 7,45. Also nur 0,1 Bandbreite. Und das ist leicht basisch, denn das Blut puffert Säuren ab. Welche Säure fällt uns ein? Wir atmen Sauerstoff ein, die wird in der Zelle verbrannt, zu CO2, da haben wir Kohlensäure. Und dieses wird dann schon mal vom Blut gepuffert. Die Magen haben einen pH-Wert von 1,5. Wer schon mal Sodbrennen hatte, spürt es, das brennt wirklich wie Feuer. 1,5 ist schon sehr sauer. Sie erinnern sich anatomisch, deswegen habe ich sie in Frage gebracht. Der Speisebrei kommt in einem System, Rohrleitungssystem, Speise oder Magen, Darm. Und aus dem anderen System, Gallenblas und Bauchspeildrüse, kommen zwei Säfte hinzu. Deswegen habe ich Ihnen das so deutlich fein dargelegt, weil die kommen erst in den Zwölffingerdarm. Unmittelbar, nachdem der Speisebrei aus dem Magen in den Dünndarm gelangt. In den Zwölffingerdarm. Okay? So. Das heißt, der Mageninhalt ist ein saurer Zustand, 1,5. Jetzt muss es ja einigermaßen abgepuffert werden. Deswegen hat der Herrgott gesagt, dann kommt ein Gallensaft mit 8 dazu und die Bauchspeildrüse mit 8,5 bis 9. Dieses basenreichste Organ ist unsere Bauchspeicheldrüse. Und diese beide Säfte, Gallensaft und Bauchspeicheldrüse neutralisieren mehr oder minder den Magensaft auf dem pH-Wert von 5,5 bis 6,5. Und genau dieser pH-Wert herrscht in unserem Darm. Ganz, ganz hinten haben wir am After 4,5. Auch wieder eine Säurebarriere, so wie wir von oben eine Säure im Magen haben. Und warum ist da 1,5? Weil wir, was wir essen, nicht steril ist. Dieser saure Zustand soll eigentlich dazu führen, dass viele Bakterien inaktiv werden, sodass wir ohne weiteres Ganze verdauen können. Jetzt kommt aber der Urin ins Spiel. Dieser sollte in der Zeit zwischen 9 und 18 Uhr einen pH-Wert zwischen 7 und 8,5 haben. Bei den meisten meiner Patienten ist der pH-Wert vom Darm bei 7 oder 7,5, also neutral bis basisch, obwohl er sauer sein soll. Und der Urin liegt bei 5,5, also sehr sauer, obwohl er neutral bis basisch sein soll. Das heißt, bei diesen chronisch kranken Patienten ist der pH-Wert im Darm und im Urin völlig verdreht. Können Sie das nachvollziehen? Und diese Menschen kommen aus der Dauerschleife nie und nimmer raus. Das sind die, die immer kränker werden, immer mehr Tabletten nehmen müssen und immer mehr Tabletten. Und kein Mensch guckt nach dem pH-Wert im Darm noch im Urin. Und das ist so einfach. Man könnte den Urin-PA selber ja messen. Ich brauche nur ein Lackmuspapier. Kriegen Sie in jeder Drogerie, Baumarkt oder in der Apotheke. Da ist es ein bisschen teurer. Aber Sie kriegen es überall, so ein Lackmuspapier. Da können Sie Regenwasser draußen testen. Sie können Ihr Badewannenwasser testen. Sie können alles mit testen, weil das Testsystem ist egal, was Sie da testen wollen. Hier nochmal das Verständnis. Zwischen 9 Uhr bis abends 18 Uhr ist der pH-Wert zwischen 7 und 8,5. Aber die meisten chronisch kranken liegen da unten, um die 5. 5,5. Manche haben eine Starre, die liegen nur bei 5. Dann sprechen Sie von einer Säurestarre, die sehr, sehr schwer ist zu durchbrechen. Das sind das, was ich als Regulationsblockaden Ihnen aufzeigen möchte. Das ist genau das, was jeder testen kann. Und das ist genau dieses Problem, was wir heute immer mehr haben, weil wir nicht mehr so essen wie zu Schüßlers Zeiten. Es gibt nichts Stilleres als eine geladene Kanone, sagte einmal Heinrich Heine, der ja Schriftsteller war. Und das ist der heimliche Killer, das Secret Killer. Das ist die Entzündung. Die Entzündung verbunden mit Alzheimer, aha, mit Krebs, mit Depressionen, mit dem Herzschlag, also mit dem akuten Herzinfarkt, mit anderen Krankheiten. Und was können wir tun, um diesen heimlichen Killer zu bekämpfen? Und genau das möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Welche Immunzellen gibt es in unserem Körper? Wir haben drei Linien der Verteidigung. Die erste ist das angeborene Immunsystem, nämlich die unspezifischen Abwehrkräfte. Also das Abwehrsystem, das angeboren ist im gesunden Organismus. Da kommen wieder unsere Freunde ins Spiel, die Fresszellen, die Makrophagen. Dann die natürlichen Killerzellen, die NK-Zellen, die durchs Blut schwimmen und schauen, sind da irgendwelche Viren eingedrungen oder entarten Zellen. Weil durch die Zellteilung gibt es immer Fehlteilung. Das ist völlig normal. Aber durch die natürlichen Killerzellen entdeckt es der Körper, merkt es aus, und der Patient kriegt keinen Tumor. Beim Tumorpatient sind die Luschi, die zu wenig, und die erkennen diese Entartungsprozesse nicht. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir gerade beim Tumorpatient, die in K-Zellen durch natürliche Substanzen aktivieren. Und dann haben wir noch die Granulozyn, die zu den weißen Blutzellen. Die weißen Blutzellen, die Leukozyn, das ist ja die Polizei in unserem Abwehrsystem. Das andere ist die zweite, das erworbene Immunsystem. Das geht über Jahre. Das ist das spezifische Abwehrsystem, die durch die B-Lymphozyten und die T-Lymphozyten. Die B werden im Knochenmarkt gebildet und die T in dem Thymus. Und dann haben die Gedächtniszellen. Die merken sich also, aha, mit dem Eindringling, Bakteria, Vire oder sonst was, Prion, was alles so gibt, hatte ich schon mal Kontakt, dem hauen wir gleich eine auf die Ommel. Dadurch sind diese Gedächtniszellen da. Was wir jetzt haben bei Corona, ist, dass diese Zellen wenig lange anhalten. Die Antikörper verschwinden so nach sechs, acht Wochen schon wieder. Und das gibt also noch eine größere Herausforderung. Und dann haben wir die dritte Linie der Verteidigung. Ich hoffe, Sie kennen die alle. Das ist das reticuloendoteliale System oder kurz RES genannt oder moderner heißt auch reticulohistiozitäres System. Das, was im Bindegewebe aktiv ist oder an den Schleimhäuten. Und dieses Immunsystem, die dritte Linie der Verteidigung, arbeitet nun mit zwei Mineralien, die Sie alle kennen, nämlich Kupfer und Zink. Und dann sind wiederum die Makrophagen im Spiel. Jetzt haben wir viele junge Damen, die nehmen die Pille. Nach gewisser Zeit kriegen die Herpes-Bläschen. Und wenn die dann zu mir kommen und fragen, was gehen wir machen, dann sage ich, machen wir erst eine Vollblutanalyse und stelle ich dann eindeutig fest, dass der Zinkspiegel absinkt. Automatisch versucht es, der Körper auszugleichen mit Kupfer. Also Kupferspiegel steigt, Zink geht runter. Das sehen Sie in der Vollblutanalyse. Doch welcher Gynäkologe macht das? Und da das ja so wenige machen, sage ich zu denen, pass auf, also dein Immunsystem ist durch die künstliche Hormongabe der Pille, die ja dem Körper vorgaukelt, ich bin schwanger. Also die Pille macht nichts anderes, die sagt dem Körper, ich bin schwanger. Und da ich ja jetzt schwanger bin, kann ich ja nicht schwanger werden. Kapiert. Das ist die Funktion der Pille. Einfach ausgedrückt. Das heißt also, diese Damen kriegen jetzt plötzlich Herpes dauernd, weil Zink im Keller ist. So. Wenn man das Ganze mal zusammen betrachtet, dann ist es natürlich hochspannend. Und das ist genau das, was wir heute wissenschaftlich wissen. Vielleicht gibt es ja noch eine vierte, eine fünfte oder gar eine sechste Linie der Verteidigung, die ist aber noch nicht entdeckt. Und von dem all hatte Schüßler keine Ahnung. Nur dahingestellt. Aber Schüßler wurde berühmt. Schüßler wurde weltweit berühmt, weil er mit Diphterie erkrankten Kindern Erfolg hatte, denen er zum Beispiel die Nummer 5 kein Phospholikum gab. Da war sogar die oberste Gesundheitsbehörde in Konstantinopel angeteilt von diesen Heilerfolgten und hat mehrere seiner Bücher bestellt, damit die Leute sich damit beschäftigen. Burke und Chewy, zwei hochwissenschaftliche Professionen in Amerika, haben ihm Schützenhilfe gegeben, weil die gesagt haben, Mensch, jetzt lacht doch mal langsam. Dieser Schüßler hat eine Idee. Jetzt testen wir weltweit, wie es funktioniert. Und was da rausgekommen ist, ist das dicke Buch. Dorina, zeig es mal kurz. Das ist das weltweit meistgelesenste Buch von Burke und Chewy. Und da sind 500 Seiten. Ich hatte mal den Wahn, dieses zu übersetzen. Ich habe es dann getan. Hier liegt es. Das ist original das Wissen von denen vor nahezu 90 Jahren. Zu Zeiten, als es noch kein Antibiotum gab. Und davon werde ich Ihnen morgen Abend berichten. Was ich Ihnen hiermit zeigen möchte, ist aber, dass weltweit, gerade in Indien, die Menschen, die Geld knapp sind, die kein System haben wie wir mit der Chipkarte, dass man zum Arzt geht, sich mit Schüßlersalze bei schweren Infektionskrankheiten wunderbar heilen lassen können. Spannend. Das heißt also, die multiresistenten Keime, auch irgendwelche Parasiten, die wir hier gar nicht kennen, werden durch indische Ärzte, wem man den Glauben schenken darf. Und indische Ärzte haben ja eine Ausbildung auch gemacht, wie wir in Europa, haben wir hier eine große Sache. Das heißt, mit den Schüßlersalzen wird weltweit schon was bewegt. Und hierzu nun Wissenswertes zur Entzündung, was wir heute wissen. Erstmal die Frage, gibt es dafür eine Erklärung? Und zwar, wir hatten in den Jahren 1987 bis 2007 eine Verdopplung der Allergiker. Wir haben in den Jahren 1982 bis 2006 eine Verdopplung einer Erkrankung des Magen-Darm-Trakts, das nennt sich Morbus Crohn. Der Herr Crohn hat es als erster beschrieben. Und zwar ist es eine punktuelle Entzündung vom Mund bis zum After. Beschränkt sich das alles nur auf den Dickdarm, dann ist es die Colitis ulcerosa. Okay? Dann haben wir eine Vertreifung der multiplen Sklerose, einer degenerativen Nervenerkrankung, bei dem die Isolierschicht des Nervs sich auflöst. Und das haben wir seit 1970. Zunahme der Depression von 2005 bis 2015, also innerhalb von 10 Jahren um 20%. Und die Quelle ist hier verlässlich. Ärzteblatt. Geschätzt 75% der Zunahme der Demenzen, also der altersbedingten Fehlstörung unseres Gehirns mit Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit, werden bis 2030 zunehmen auf 75%. Schon interessant, oder? Und jetzt fragt man sich, wer ist hier der Chef? Ist es das Immunsystem? Oder ist es gar das Stoffwechselsystem? Oder ist es gar das Nervensystem? Wir wissen es bis heute nicht. Denn alle drei sind miteinander tief verflochten wie diese Zahnräder. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt reflektieren müssen. Weil das sind Krankheitsbilder, die sind absolut gesichert. Die Datenlage, die nehmen immer mehr zu. Was können wir tun? Und deswegen haben wir gedacht, wir werden heute darüber nachmittags mal reflektieren. Schauen wir uns mal die klassische Entzündung nach Galen an. Galen war griechischer Arzt, da lebte so um 137 bis 199 nach Christus. Und er hat gesagt, jede Entzündung geht mit einer Rötung einher, jede geht mit einer Schwellung einher, jede geht mit einem Schmerz einher, jede geht mit einer Überwärmung einher und es gibt die eingeschränkte Funktion. Das Ganze natürlich Lateinisch, Ruber, Tumor, Dolor, Kalor, Funktion, Lesa. Aber, wenn Sie mit dem Hammer mal auf Ihren Daumen schlagen, dann wissen Sie genau, was ich hiermit meine. Der wird rot, der schwillt an, zocktisch weh, wenn Sie hinfahren, ist er wärmer wie der andere und Sie können den immer so bewegen, die eingeschränkte Funktion. Okay? Hammerschlag auf den Daumen, kann jeder daheim ausprobieren, wirkt. Das heißt, jede Krankheit geht mit einer Entzündung einher. Nachvollziehbar? Auch die Tumorerkrankung. Und das ist ja genau das, was mich meine Patienten fragen, Herr Emrich, die Oma hatte Krebs, der Opa hatte Krebs, was kann ich tun, dass ich das nicht kriege, wenn ich 70 bin? Dann sage ich genau, gucken Sie, dass Sie regelmäßig dafür Sorge tragen, dass Entzündungen, die sich aus irgendwelchen Gründen in Ihrem Körper einstellen, zum Abhallen gebracht werden. Und das ist nicht der Rat vom Emrich, sondern das ist der Rat schon von Herrn Galen vor knapp 2000 Jahren. Jetzt wird es ganz wissenschaftlich, ich möchte es Ihnen aber trotzdem so einfach wie möglich verdeutlichen, weil das ist das, was wir heute kennen. Es gibt drei Phasen, die Initiation, da wird das Entzündungsgeschehen aktiviert, der Körper hat erkannt, das sind Eindringlinge, zum Beispiel durch eine Schnittwunde am Finger, beim Kartoffelschälen, schneiden Sie da rein, dann schwillt es an, Blut läuft raus und es ist entzündet. Dann wird das Ganze verschlossen vom Körper, dann muss eine Resolution eintreten und dann muss das Ganze beendet werden. Also erst Start der Entzündung, dann Abklingen der Entzündung und Beendigung, die Nartenbildung. Soweit nachvollziehbar. Okay, jetzt gucken wir uns das wissenschaftlich an. Das heißt, ich brauche ja zur Initierung entzündungsfördernde Botenstoffe, dass die sagen dem Körper, genau am linken Daumen ist die Entzündung oder am rechten Knie. Die Botenstoffe müssen ja wissen, wo sie hinrennen sollen. So wie auf der Baustelle. Wenn der Kapo fehlt, baut er eine da drüben eine Mauer, da drüben die Tür, aber die Tür passt nicht ins Zimmer. Also das heißt, die brauchen Bauplan. Das heißt also, Produktion der entzündungsfördernden Botenstoffe. Der Grundbaustein dafür ist die Arachdonsäure. Das ist eine Omega-6-Fettsäure. Sie kennen Omega-3, die sind Entzündungshemmend. Hingegen Omega-6 fördert die Entzündung. Das heißt, wir haben hier unten folgendes Ding. Wir haben hier den Start Null und jetzt bilden sich Leukotrien B4, das macht die Entzündung und die Prostaglantin E2. Die machen nicht nur Entzündung, sondern die machen zusätzlich Schmerzen, Schwellung, was wir kennen und die beide führen dazu, dass es hier dieses akute entzündliches Geschehen im Körper entsteht. Interessanterweise ist dann das offiziell abgeschlossen. Das heißt also, jetzt kommt die Resolution, die Bildung Entzündungshemmender Botenstoffe. Also die Entzündung ist abgeschlossen, jetzt muss der Körper die Entzündungshemmende Botenstoffe wieder stoppen. Das heißt also, wiederum aus Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Die Omega-6 machen Entzündung, die Omega-3 hemmen die Entzündung, also muss er jetzt mehr von denen bilden. Das heißt also, die Anti-Entzündlichen müssen zunehmen und die Entzündungsfördernden müssen abnehmen. Dann habe ich das Stoppsignal und dann kommt Termination bei ausreichend Stopp-Botenstoffen haben wir den Abbau von Zellschrott, das machen wieder die Makrophagen und dann habe ich die Entzündungsfördernden Botenstoffe des NFKB. Hochwissenschaften. Was Sie sich aber jetzt merken müssen ist, es gibt Start 1, die Entzündungszeit und dann kommt es zur Resolution und dann zum Abklingen. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Das können Sie hier nachlesen. Da ist es wunderbar wissenschaftlich formiert von Cosma de Boer in chronische Entzündungen im Bereich von diesem Geschehen. Jetzt die stille Entzündung, das Sine Inflammation, die nicht wehtut, passiert genau jetzt Folgendes. Wir haben die Resolution, die Beendigung der Entzündung, das ist ein aktiver Prozess zum Körper, die muss der Körper initiieren, nicht gegeben. Und deswegen läuft genau das ab. In der Sine Inflammation fehlt dem Organismus die Möglichkeit, die Resolution und die Termination des Immunsystems durchzuführen. Und da das nicht erfolgt, haben wir dauernd nur diese Entzündungskaskade. Nachvollziehbar. Und das ist der Unterschied zwischen einer normalen Entzündung, die abheilt, und einer dauerhaften Entzündung, die wir als Sine Inflammation hochwissenschaftlich haben. Das heißt also, wir haben die Anfangsphase, geht hoch, bäumt sich auf und diese Resolutionsphase lasst alles abklingen. Bei der Sine Inflammation geht die hoch und schwingt sie immer weiter und das ist dann die chronische Entzündung. Nachvollziehbar. Ist doch super, oder? Hat jeder jetzt kapiert, das hochwissenschaftlich für den Laien verständlich dargebracht. Wunderbar. Jetzt kommt der ins Spiel. Professor Pischinger war Medizinprofessor, war Histologe Embryologe. Er hat die Gewebe unserer Zellen untersucht, vor allem das Gewebe um die Zellen herunter und hat dann festgestellt, das Bindegewebe, das alle Organe miteinander verbindet, deswegen heißt das System ja Bindegewebe, des gesamten Organismus ist da verteilt und erfolgt zu einem Aufbau. Das heißt also, in einem bestimmten Aufbau ist es um die Organstrukturen gelegt. Und er hat dieses System der Grundregulation bezeichnet. Also was er da erforscht hat, bezeichnet er als das System der Grundregulation. Sie sehen, der erlebt er auch 1899 bis 1883. Und seine Beobachtung in einem Satz zusammengefasst ist der hier. Das Bindegewebe, welches jede unserer Körperzellen als ein einheitliches Organ umgibt, muss unweigerlich von jedem Nährstoff und jedem Sauerstoffmolekül auf dem Weg in die Zelle passiert werden und intracellulär verbügbar zu sein. Alles, was angeliefert wird, das Sauerstoff muss durch das Bindegewebe durch bis in die Zelle. Dort wird das Sauerstoff verbrannt und dann muss es wieder aus der Zelle raus und muss wieder durch das Bindegewebe hindurch. Ist doch eigentlich logisch, oder? Einer geht in die Zahl rein und als er wieder rauskommt, muss er wieder rauskommen durch die Tür. Sonst gibt es keine Möglichkeiten. So. Umgekehrt müssen die Stoffwechsel-Endprodukte als auch das Kohlendioxid, also der verbrannte Sauerstoff, das DO2, zum Abtransport ebenso diese Strukturen queren. Das bedeutet im Kumkehrschluss die Bindegewebe in der Matriz, da endet der Nerv, das Bindegewebe, Grundsubstanz, die Mastzellen, das Hormonsystem, das Blutgefäß, dann das zentrale Nervensystem, die zirkadiane Rhythmen, dass wir schlafen, dass wir aktiv sind, die Abwärtszelle ist beteiligt, all dieses Bindegewebige Matriz. Und das ist alles Struktur, was wir heute in der Medizin lernen. Also nicht ausgedacht, sondern so funktioniert es. Aber die wissenschaftliche Erkenntnis ist nun, unser Körper kann durch das Bindegewebe immer wieder sich selbst heilen, vorausgesetzt das System der Grundregulation funktioniert. Und genau darauf beruht Schüster seine Theorie, dass ich nur Mineralien verwende, die in jedem Organismus vorhanden sind. Und vor allem seine drei Calcium-Verbindungen sind gerade für das Bindegewebe die chronische Entzündung äußerst wichtig. Das ist die 1, die 2 und die 12. Calcium-Sulfurcum und als Strukturgeber Silicea. Alle Stoffe, die nicht im Organismus gehören und sich in dem Körper ablagern für das System also toxisch giftig wirken, wenngleich sie außerhalb nicht als Giftstoffe gelten. Aber wenn sie dort drin sind, dann wirken sie als Gift. Fazit, die Leistungsfähigkeit des Menschen wird im Zwischenraum zwischen den Stellen ergo im Bindegewebe entschieden. Ist es nicht spannend? Und das ist genau das, was Schüßler mit seinen Vordenkern vermutet hat, was wir heute hochwissenschaftlich wissen. Und deswegen haben wir drei große Gruppen von sekundaren Pflanzenstoffen, die jeder kennen muss. Denn mit den Pflanzen ernähren wir uns ja. Da sind die ätherische Öle drin, die Alkaloide, die Bitterstoffe, die Flavonide, die Gerbstoffe, die Sabonine, die Schleimstoffe und die Senfölglucoside. Und mit denen verteidigt sich die Pflanze gegen Fraßfeinde und Angriffe von außen. Wir haben als Mensch drei Abwehrsysteme, die drei Linien der Verteidigung und das hat die Pflanze nicht. Und deswegen hat die Pflanze diese Inhaltsstoffe. Und diese Stoffe schützen die Pflanze nach außen, da sie nicht über ein ähnliches Immunsystem wie der Mensch verfügt. Und ohne diese Stoffe würden sie, wie wir mittlerweile wissen, nicht die Vitamine und die Spurenelemente in die Zelle gelangen. Das war die Sache mit dem Gär, der heute im Weltraum rumturnt. Wenn man früher in den 70er Jahren die Astronauten aus Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine, Spurenelemente in den Weltraum schickte, wurden die alle krank. Ein Herr Gers turnt heute monatelang im Weltraum rum, weil er früher getrocknetes Obst und Gemüse mitkriegt. Und das ist die Botschaft, die Sie sich mit nach Hause nehmen können. Wie beginnt nun jetzt aber dieser Teufelskreis? Das ist also die Ursache. Schüssler hatte die Eins, Kalziumverbindung. Und jetzt kommt es wieder hochwissenschaftlich. Wir beobachten bei der Stillen Entzündung, dass übermäßig viel Kalzium in die Zelle gelangt. Diese Botschaft schreiben Sie sich auf. Das ist der ganze Trick. Bei einer Stillen Entzündung wird nur zu viel Kalzium in die Zelle gebracht. Jetzt fragt man sich natürlich, was führt dazu, dass so viel Kalzium in die Zelle kommt. Und jetzt haben wir hier die Viren, die Bakterien, die Pilze, die Nahrungsmittel, Psychostress, elektromagnetische Felder wie Mobil, Funkmetalle, Biozide, Meikaptane, Bioeder, Weichmacher, Kunststoff, Industrie, Lösungsmittel und so weiter und so fort. Super, oder? Das hat die Schüssel alles nicht, bis auf Parviren und Bakterien und Pilze. Aber den restlichen Schrott, was wir immer dazugekommen haben, ist immer mehr. Was ist jetzt hier das Interessante? Also, das heißt, wir haben einen Strom in die Zelle durch zu viel automatisch zu der chronischen Entzündung. Und die wiederum stört unsere Immuntoleranz, entwickelt weitere Sensibilisierung und führt wiederum zu noch mehr Kalziumeinstrom in die Zelle. Verstanden? Das ist der ganze Trick. Wir müssen nichts anderes machen, dass wir dieses verhindern. Und das hat Schüssel gesagt, ist die Zettelzahlen 1, 2 und 12. Zu einer Zeit, wo er das gar nicht wissen konnte, er hat das nur beobachtet. Und das ist das Geniale, warum ich Ihnen heute hier vortrage. Jetzt wird es noch spannender. Heute wissen wir, dieser nitrosative Stress führt wiederum zu der Mitochondropathie. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Die wiederum werden geschädigt, dann kommt es zum oxidativen Stress. Und das wiederum führt zu der chronischen Entzündung. Das wiederum macht wieder nitrosativer Stress. Somit haben wir hier ein Zyklus Viziosus, hier haben 2 Zyklus Viziosus, das heißt, die Katze beißt dich selber ins Schwanz. Und daraus ist diese nicht stoppende Entzündung entstanden. Jetzt hätte ich aber ein Wow erwartet von Ihnen. Wenn wir das jetzt verstanden haben, dann ist es klar, dass wir hier eingreifen müssen, dass wir verhindern, bei der chronischen degenerativen Erkrankung, dass der Calcium die Zelle gestoppt wird. Und genau da reguliert die Zelle. Und genau das machen die Salze 1, 2 und 12. Kapiert? So ist es. Jetzt, was ist die Salinflammation? Kann ich die aufdrucken? Irgendwo im Körper so irgendwie ein Stecker rein, wie bei der im Autoladen. Also wenn die Motor stoppt, dann kommen sie in so Kabel dran, die Motoren, und dann kommen da ein Streifen raus, steht drauf, das gibt es bei uns nicht. Wir machen auch nicht drum, was die Ursache ist. Wir haben nun im Blut einmal die Leukocytose, die gehen hoch bei einer Entschündung, Leukocytose, also die Blutzellen, die weißen, die Polizisten fahren hoch. Ist bei der chronischen Entschündung nicht der Fall. Dann haben wir eine Substanz, die heißt C-reaktives Protein, CAP. Gibt sogar das Hochsensible. Auch diese zwei Substanzen, die sonst eine Entschündung anzeigen, versagen. Dann haben wir Calprotectin, die Entschündung im Darm. Auch dieses System reagiert bei der Salon Inflammation nicht. Nur die alte, als obsolet geltende Blutsenkung, was meine Kollegen manchmal immer wieder verlachen, ich sie aber seit Jahren mache, vor allem wenn ich einen akuten Blinddarm zur Tür reinkomme, dann kriegt er gleich Blut abgenommen mit allen Laborwerten, bis das im Labor analysiert ist, aber was ich schnell in meinem Labor testen ist die hoch, dann geht er in die Klinik, also 40 auf 70, da hat er eine akute Entzündung, da marschiert er in die Klinik, ist die aber vielleicht nur 3 auf 8, dann kann ich entspannt zuwarten. So ist es die Definition. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit kann jeder Arzt, jeder Halbprack selber durchführen, er braucht nur einen Ständer mit Blutröhrchen, steckt da drauf und liest ab. In 2 Stunden mehr wie 20. Also alles, was drunter ist, zum Beispiel ein gesunder Mensch hat jetzt 3 auf 7. Haben wir jetzt aber 40 auf 70, dann brennt die Hütte. Nachvollziehbar. Das heißt also, hiermit können wir rasch eine Seilen Inflammation aufdecken. Und da die Seilen Inflammation, die Zahnärzte die ersten waren, die das entgangen haben, nehme ich mit dem chronischen Entzündung im Mundraum, Parodontose. Dann kommen die Orthopäen dahinter und jetzt auch sogar die Kardiologen, weil die Ursache für den akuten Herzinfarkt nicht der dicke Patient ist, sondern der Patient, der sechs bis acht Wochen zuvor eine krippale Infektion hatte. Diese Patienten oder eine chronische Entzündung an den Zähnen, das heißt also, wir kommen immer mehr dahinter, das Seilen Inflammation ist die Schlüssel zum Erfolg, wenn man es aufdeckt und therapiert. Spannend, oder? So, das wird weltweit auf den Ärztenkongressen diskutiert, also ich erzähle Ihnen hier brandaktuelle Dinge. Und der alte Schüssel hat schon gesagt, führt dazu, dass alle Entzündungen zum Abklingen kommen und dann haben wir Ruhe im Karton. Akute Entzündung bei Schüssel ist die drei und die vier, die kennen wir alle, oder? Drei erstes Entzündungsstadium, der Schmerz besser durch Kälte, keine Absondung auf der Zunge, keine Ablagerungen. Wir haben hier Entzündungen, egal ob oben, unten, Mitte, hinten, vorne. Die Entzündung ist da. Fernfosfolikum in der D12, weil schon Schüssel erkannte, wenn ich Eisen zu tief gebe, aktiviere ich eine Entzündung, genau das wollte er nicht, er wollte die Entzündung zum Abklingen lassen, also gebe ich das Eisen potenziert eins zu einer Billion. Kalium, Chloratum, das Schleimhautmittel bei ihm, von dem war Schüssel so überzeugt wie sonst keiner, denn er Entzündung an der Schleimhaut heile ich damit ab. Schüsseler baut der Meinung, alles was zum Heilen möglich ist, heile ich mit seinen 12 Schüsselersalzen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber immerhin, er war davon überzeugt von seinem System. Wir haben jetzt aber eine Veränderung, denn der Körper zeigt an, Wärme bessert. Ich bin aus dem akuten, entzündlichen Geschehen in chronifizierenden Zustand übergegangen. Das heißt, es gibt Absondernung auf der Zunge, die sind weiß, weiß-grau, fadenziehend, milchig-weiß. Schleimhaut, innen oder außen gibt es irgendwo eine Entzündung. Die hat sich jetzt manifestiert. Heute würden wir sagen, Seilen-Inflammation. Aber den Begriff kann der Schüssel nicht, deswegen konnte er es uns nicht liefern. Aber es ist der Katar, die chronisch verschleimten Patienten, die immer wieder sagen, Herr Emrich, immer wieder muss ich abends husten oder habe immer wieder Schleim, dann sage ich, lassen Sie mal die ganze Kuhmilchprodukte weg. Denn Kuhmilch verschleimt. Und der Werbespruch, Milch macht müde Männer munter. ist Trugschluss. Die werden platt wie eine Flunder. Kuhmilch ist für das Kuhbaby, wie nennt sich das? Kalb. Und wie groß soll so ein Kalb werden? 600, 800 Kilo. Ein Stier wiegt 1200 Kilo. Aber der wiegt ein bisschen mehr wie Sie. Sie haben so vielleicht 60 bis 80 Kilo. Das heißt, das Eiweiß ist von der Natur in der Kuhmilch so angelegt, in der Menge, dass da draußen eine Kuh wird oder ein Stier. Aber das wird groß, das Viech. Schaf oder Ziege ist proportional vom Gewicht eher uns zugestimmt. Das heißt, Schaf und Ziegeiweiß ist viel bekömmlicher. Aber wenn ich halt Kühe habe, wenn ich Milch habe, dann nehme ich einen Werbetexter. Und dann geht es in die Binsen. Stadium 6 ist dann dort, wo Schüßler sagt, hier hat sich alles manifestiert und die Leber als unser Zentralorgan der Entgiftung, Leber ist unser großes Chemielabor, macht unheimlich viel. Die Leber ist ein Wunderding. Und diese Leber ist jetzt überlastet. Vor allem ist Gärprozesse, kommen Ligigat-Syndrom, Sie haben aufgepasst, durch die Pfortader zur Leber und die sagen, mein Gott, jetzt langt mir das. Ich mache nichts mehr, macht die beleidigte Leberwurst. Die Niere kann doch auch mal was machen oder die Lunge. Warum soll ich denn immer alles machen? So wie daheim, der trägt Müll runter. Und so geht es auch im Organismus aus. Die Leber ist überfordert und dann machen wir die Müdigkeit. Das haben wir vorher gehört. Müde, schlapp, erschöpft, das ist immer ein Problem der Leber. Wann wacht der Leber Schwächling nachts auf, sagt die chinesische Organe zwischen 1 und 3 Uhr. Das Leberfeuer steigt hoch. Wenn ich mich ärgere, da steigt es auch schon nachmittags um halb 4 hoch. 16. Aber was ich sagen möchte, ist dieses Leberfeuer, ist Energie. Und in der chinesischen Medizin gibt es nur zu viel Energie oder zu wenig Energie oder die Energie ist ausgeglichen. Wenn einer gesund ist, ist die Energie ausgeglichen. Wenn einer krank ist, hat er kalte Füße, hat er da zu wenig Energie. Hat er irgendeine Entzündung, ist da warm, Hitze, dann ist da viel Feuerenergie. Das ist so einfach. Plus und Minus. Ying und Yang. Dunkel oder hell. Merkst du was? So einfach geht Medizin. Also das heißt, es ist das großreine Machen nach Fieber. Das ist Kalmsulfurikum. Das ist das Hauptmittel. Wenn die Kinder sagen, Mama, guck mal, hier schubze ich die Finger, dann hatten die doch einen Scharlach. Aber das sehen wir selten. Scharlachfälle? Gott. Ich glaube, es gab die letzten drei Jahre keine mehr. Ich habe sehr viele Kinder als Patienten. Gibt es nicht mehr. Wir haben heute viel andere Krankheiten wie Neurodermitis, Schuppenflechte. Und da ist das Hauptmittel auch Kalmsulfurikum. Das nächste Statium ist dann das komplett blockierte System. Nicht nur die Leber, sondern alle Zellen könnte man sagen, scheinen in der Ausscheidung überfordert zu sein. Und das ist das Glaubersalz. Natrium-Sulfurikum. Und das macht ja jeder zum Glaubern den Darm sauber bei einer Fastenkur. Und der kluge Kopfschüssel hat gesagt, okay, wenn ich jetzt alles raushauen will, was raus muss, dann setzt sich Natrium-Sulfurikum ein in potenzierter Form. Denn wir haben eine massive Giftbelastung, nicht E605, sondern Ammoniak, Biogene, Aminoendotoxine. Und die müssen raus. Die können an der Haut Atme, Pustel machen, Pickel, unreine Haut. Wie viele Patientinnen kommen zu mir und sagen, sie haben unreine Haut? Dann sage ich, was essen sie den ganzen Tag? Bio. Alles so bio. Ja, ja, Bio. Und mit E-Nummern von 1 bis 398. Dann haben die Blähungen. Ja, wer macht denn die Blähungen? Das sind Fehlprozesse im Darm. Einmal, wenn sie zu viel Escherichakoli haben, dann zersetzt er Eiweiß. Der sagt, ich bin hier am Schlafenland. Und dann ist dem egal, ob das tierisches Eiweiß oder pflanzliches Eiweiß ist. Herr Emmer, ich bin Vegetarier. Ach, so und sagen, Ihre Linsen, Bohnen, sind es keine Hülsenfrüchte, es ist nicht Eiweiß? Ach so, das ist Eiweiß. Ja. Ach so, dann lasse ich das mal abends weg. Ja. Nach 16 Uhr nichts mehr Rohes. Weil der gesamte Verdauungsrat überlastet und macht dann einen Gärprozess. Und das sind dann die Patienten, die dann vielleicht noch einen Pilz im Darm haben. Die laufen dann morgens so rum, als ob sie nüchtern ein Glas Sekt trinken. Die haben dann so 0,3 Promille. Aber die haben keinen Alkohol getrunken, die haben ihre eigene Schnapsbrennerei im Darm. Das wissen die aber nicht, sondern die sind immer so blümerant im Kopf. Die haben ständig irgendwelche Beschwerden. Jetzt machen sie eine ganz normale Stuhlprobe, finden sie keine Pilze. Da müssen sie einen Trick anwenden. Sie müssen D-Arabinitol, das ist eine chemische Substanz, im Urin nachweisen. Und zwar tritt die dann erst in Erscheinung, wenn ein Pilz irgendwo im Körper ist, nämlich der Kandida. Das ist der, wo bei uns meistens eine Unwesenheit treibt. D-Arabinitol. Morgen Urin, Analyse im Labor. Wenn der über ein bestimmtes Klandel von 67 ist, dann wissen wir, aha, da ist ein Kandida aktiv. Der kann in Schleimhäuten im Nasen-Nebenhöhlenbereich auf der Lunge, vielleicht auch im Darm. Der kann aber im Vaginalbereich hocken, überall irgendwo könnte der sitzen. Und da müssen sie den aufdecken und dementsprechend behandeln. Wichtigste Begleitmittel ist ja Natrium-Sulfurikum. Der Rheumatismus ist ja nichts anderes als der chronisch Entzündete. Der Patient, Rheuma ist ja Griechen, heißt das Umherziehende. Mal zieht es links, mal oben, mal hinten, mal vorne. Das ist ja nur die Beschreibung der alten Griechen gewesen, das Umherziehende. Es ist aber eine chronische Entzündung, nämlich das Seilen-Inflammation. Deswegen geben die Ärzte Kortison. Kortison ist das stärkste Körper ein entzündungshemmendes Stoff. Nachvollziehbar. Die versuchen auch, die Entzündung zu bekämpfen, bloß wir versuchen zu regulieren mit unseren Naturheilmitteln. Wirkt also auf die Ausscheidungsorgane, Leber, Niere, Darm. Eine Substanz, die viele kennen, ist Preiselbeere. Aus der Küche und essen wir Preiselbeeren bei Wild. Warum? Hildegard von Bingen. Vor 500 Jahren hat die schon erkannt, Wild ist sehr kräftig im Aroma. Da ist Preiselbeere wichtig, Vazinovitis idea. Das ist ein Drainagemittel. Und Drainagemittel leiten etwas aus. Vor allem das, was nicht reingehört, leiten Drainagemittel raus. Und da steht zum Beispiel das Allergie. Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems. Da dreht das Immunsystem durch. Und das sind meistens Substanzen, die wir ja schon seit Jahrtausenden kennen. So ein paar Pollen vom Gras. Warum treten, das müssen Sie jetzt fragen, im 19. Ausgang des 20. Jahrhunderts ging da die Allergien los. Meine Oma von 1899 kannte überhaupt nicht eine Allergie. Bei mir in der Schulklasse war jeder dritte Allergiker. Der hat gesagt, so etwas hat es bei uns nicht gegeben. Warum? Weil wir tatsächlich immunisiert wurden überreagieren durch Impfungen unter anderem oder Substanzen, die unser Immunsystem stören. Und das sind natürlich Dinge, wo der Fachmann staunt. Und deswegen muss man natürlich schauen, dass wir auch diese Art zum Aushalten bringen. Auf der anderen Seite die chronischen Durchfälle, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, die Osteoporose ist ja nichts anderes wie eine Knochenerweichung, weil mehr Kalk rausgelöst wird, wie das da Kalk reingeht. Und dann natürlich das, um was es hier geht, die chronische Enzyme, Silent Inflammation. Also die Preiselbeer ist eine wunderbare Heilpflanze, die hier mit eingesetzt werden kann. Was ist jetzt wieder? Enzyme. Enzyme sind Biokatalysatoren. Früher nannte man sie Fermente. Das sind große Eiweißmoleküle und können chemische Reaktionen im Organismus beschleunigen. Also Substanz A muss in Substanz B umgesetzt werden. haben wir alle im Chemieunterricht gelernt. Da verwendet der Körper Enzyme. Es gibt viele tausende körpereigene Enzyme. Enzyme haben wichtige Funktionen im Organismus, vor allem für den Stoffwechsel. Sie steuern den überwiegenden Teil der biochemischen Reaktionen im Organismus, also von der Verdauung bis zur Zellteilung. Alles wird bei uns mit Enzymen reguliert. Völlig normal. Aber aus Fäulnissen, Gärprozessen heraus kommt es nun dazu, dass zu wenig Enzyme da sind. Und deswegen haben wir da ein Problem. Die wichtigsten Aufgaben der Enzyme sind einmal nämlich eine biochemische Reaktion zu beschleunigen, indem sie die Aktivierungsenergie, also dass das von A nach B sich umwandelt, herabgesetzt wird. Das heißt also, diese rote Kurve ist, ich brauche sehr viel Energie, um Substratausgangsstoff in das Produkt, N-Produkt, also A nach B umwandeln, brauche ich ohne Enzyme sehr viel Energie. Besteht natürlich die Zulieferung durch die Enzyme, dann brauche ich nur die Menge, was die blaue Kurve an Energie anzeigt. Also halb so viel. Nachvollziehbar? Das heißt also, es können mit der gleichen Energie viel mehr umgesetzt werden. Das ist eine tolle Sache. Die meisten biochemischen Reaktionen würden ohne Enzyme in dem Lebewesen nur sehr, sehr langsam ablaufen. Also haben wir da eine wunderbare Sache von der Natur übernommen. Wo kommen denn Enzyme auf natürlichste Art und Weise vor in Pflanzen? Zum Beispiel, wer lesen kann, ist ein Vorteil, Zitrone, Feigen, Datteln, Walnüsse, Zwiebeln, Kokosnüsse und Sellerie. Und wer jeder von ihnen diese sieben Pflanzen und Gemüsearten essen täte, hätte er genügend Enzyme und sie werden ein glückliches langes Leben haben. So einfach ist es. Also Zitrone, Feigen, Datteln, Walnüsse, Zwiebeln, Kokosnüsse, Sellerie. Jetzt sind sie alle ja Bibelfest. Die Bayern sind ja ganz Bibelfest, die sind ja da schon Direktverbindung. Also das ist das Interessante, dass die Feige als Beispiel einer Enzymheilung an zwei Stellen der Bibel steht. Und zwar schauen wir uns das mal näher an. Der älteste belegte Fall einer Enzymbehandlung mit Hilfe von Pflanzenenzymen der Feige finden wir in der Bibel an zwei Stellen. Einmal Jesaja Kapitel 38 und im zweiten Buch Könige. Aha, da heißt es im Kapitel 20 im zweiten Buch der Könige, als König Hiskia in jenen Tagen auf den Tod Erkrankte begab sich der Prophet Jesaja zu ihm und sagte zu ihm, so hat der Herr gesprochen, bestelle dein Haus, denn du musst sterben und wirst nicht wieder gesund werden. Dann war natürlich der König Hiskia ziemlich traurig, denn er litt an einem Krebsgeschwür. Unter Tränen bat er Gott um seine Heilung und der Herr erhöhte ihn und beschloss ihn durch Jesaja wieder heilen zu lassen. Jetzt kommt der Prophet Jesaja des Weges und sagt, die göttliche Eingebung vernommen, bringt ein Feigenpflaster her. So, wenn ich das jetzt zu Ihnen sage, was würden Sie machen hier mit dem Ringelpullover? Ja, Sie meine, erste Reihe, was würden Sie als Idee liefern? Die kann auch die Dame in Rosa ihnen helfen. Was würden Sie tun, wenn ich sage, bring ein Feigenpflaster her. Sie haben das schon alle mal eine richtig reife Feige in der Hand, oder? Wenn Sie die gegen die Wand schmeißen, dann bleibt die da heben, oder? das heißt, eine reife Feige einfach zerdrücken und außenrum Tessa filmen. Die hatten natürlich kein Tessa, sondern die haben eine Binde gemacht. Das ist ein Feigenpflaster. Die wussten damals vor 2000 Jahren, wo ja die Bibel da aufgeschrieben wurde, ist noch nichts von den Enzymen, die wir erst in 1930 Jahren entdeckt haben. Aber die gab es damals schon vor 2000 Jahren, wie sie vor 20.000 Jahren schon da waren. Das ist ja nicht nur eine Erfindung der Neukunst, sondern es ist nur eine Entdeckung einer Substanz, die es schon lange gibt. Nachvollziehbar. Das heißt, wir müssen nicht immer wissen, was da drin ist, wenn es wirkt. Auch wenn es toll wäre für die Wissenschaft. Aber es gibt viele Dinge, die funktionieren seit Jahrtausenden und wir wissen bis heute nicht, was es für eine Substanz ist. Und dennoch ernähren wir uns so, wie wir uns ernähren, weil wir erkannt haben, da sind Vitamine, Spurenelemente und Enzyme drin. Also, das heißt, daraufhin haben sie ein Feigenpflaster gebracht. Sie holten ein solches, legen es auf das Geschwür. Geschwür ist eine entzündliche Öffnung. Tumorgeschwüre kennen wir heute, heißt dann nur eine Entzündung, da ist die Haut nicht mehr intakt und er wurde wieder gesund und der König lebte noch weitere 15 Jahre. Also, ich überzeuge Sie hiermit mit so einem Fallbeispiel aus der Bibel, wo ich hoffe, vielleicht Magic, vielleicht ist ja alles nur Sponne, ist ja egal, aber ein Beweis, dass eine Heilkraft von der Feige ausgeht. Das ist ja das, was der springende Punkt macht. Und diese Enzyme der Feige haben dieses Geschwür zum Abheilen gebracht. Nichts anderes wie eine chronische Entzündung. Nachvollziehbar, eine Silent Inflammation, eine chronische, stille Entzündung. Jetzt ist es nun so, würde man diese Substanzen, die Fragen werden zum Schluss beantwortet. Gibt es nun eine Kaskadenfermentation, also ein Spezialverfahren, bei dem dem Verdauungstrakt nachvollziehbar Mund, Magen, Darm, die Substanzen, die allergisches Potenzial haben, rausgenommen werden, sodass rein entzündungshemmende Wirkung überbleibt. Das kennen wir zum Beispiel bei Schlangengifte. Es gibt eine Firma, Schlangengifte kann man spritzen und so weiter. Da werden auch diese Substanzen rausgenommen, die gefährlich sind und die reinen Enzyme übrig bleiben. Hier haben wir jetzt die Kaskadenfermentation im flüssigen Präparat. Das heißt, dadurch verliert das Enzympräparat sein allergisches Potenzial, weil viele sagen, auf Zwiebel reagiere ich, der andere auf Kokosnüsse und so weiter. Und diese Kaskadenfermentierte Enzyme sind unterstützend für den regulativen Prozess, dass ich gerade bei den Menschen einsetze, die von diesen ganzen Umweltgiften, Sie erinnern sich, was alles den Einstrom in die Kalzium an der Zellwand hochfährt. Sie erinnern sich an die Grafik, deswegen habe ich Ihnen das ja alles gebracht. Genau diesem Kalziumeinstrom müssen wir entgegendrehen. Und das ist ja die Entzündung, die wir mit Enzymen nun, egal welche Firma, egal welche Form, heilen. Ananas, Papaya, Mango. Sie kennen alle Jules Brünner, dieser Glatzköpfe Amerikaner, der wurde von Dr. Lieber in Hannover mit Enzymen behandelt. Hochdosierte Enzyme. Wunderbar, hat viele Jahre geklappt, aber dann war die Regulation nicht mehr gegeben. Also wieder eine Regulationsblockade. Und dadurch haben wir Kaskadenfermentierte Enzyme, die bei allen akuten und chronischen Entzündungen an den Schleimhäuten Körperzellen wirken. Auch bei Allergien, also Überreaktionen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten wie Histaminintoleranz, Durchfall erzeugende Substanzen, da kommt der Laie gar nicht dahinter. Das müssen Sie im Blut nachweisen, dass es dann Histaminintoleranz hat. Histamin ist eine Substanz, die es bei allen Reifungsprozessen bildet. Also der Schinken reift, der Käse reift, der Wein reift. Überall dort bilden sich Histamine. Dann bei allen HNO-Erkrankungen im Mundbereich Asthma, Bronchitis, chronische Lungenerkrankungen, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn zum Beispiel, und das ist ja das Sein-Inflammation am Herzinfarkt, die Innenwand der Herzkranzgefäße entzündet sich und engt das Lumen ein. Und dadurch kommt es, dass sich eine Blutklumpen, also ein Embolus, der dann fliegt oder eine Thrombose sich bildet. Das heißt, also Embolus ist ja nur der Thrombus da durch die Gegend fliegt. Und das ist das, was wir heute erkennen. Dieses geschieht meistens so vier bis sechs Wochen nach einem grippalen Infekt. Ob er dick ist oder dünn ist. Es ist die Entzündung. Und das ist auffallend. Und diese Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen können wir auch mit diesen Enzymen zum Abheilen bringen. Alle Magen-Darm-Erkrankungen, Leber-Galle-Bauspalt- Drüsen-Erkrankungen, Niere, Blase-Prostata, Keimdrüsen, also wo sich die Entzündung im Körper festgesetzt hat und durch bisherige Maßnahmen nicht auflöst. Das kann sich im Bewegungsapparat als Rheumat sein, als Gichtabfübromyalgie oder Muskel- und Gelenkerkrankungen oder an der Haut als Neurodermitis, akute Hautentzündung, Pilz. Es gibt das Ganze aber auch im Bewegungsapparat. Das heißt, bei einer Abdrose ist es ja der Gelenkknorbel, der durch Abnutzung beschädigt ist. Tückischerweise ist es aber, dass es oftmals eine einseitige Belastung ist. Wir haben zwei Achsen, die Schulter und das Becken, hatte ich Ihnen heute Morgen schon erklärt. Und dann kommt es zu einer lokalen, stillen Entzündung. Immer wieder Sine Inflammation. In der Schulmedizin ist aber die Arthrose nicht heilbar, weil sie es einfach nur nicht erkannt hat, dass ich diese Entzündung erst behalten muss, dass dann die Arthrose zum Stillstand kommt und sich der Knorpel aufbaut. In der naturheilkundlichen Betrachtungsweise ist es eine Zivilisationskrankheit, weil wir uns einfach zu wenig, zu einseitig bewegen. Das heißt, Aberbridge, eine Definition in der Medizin für die Arthrose, gibt es in vier Stadien. Einmal, das erste Stadium ist die Verfärbung des Knorpels, die Erweichung. Die sehen wir noch nicht, aber die Risse im Knorpel, Stadium 2, können wir bei einer Arthroskopie, also bei einer Gelenkspiegelung, schon aufzeigen. Im Stadium 3 haben wir schon Defekte, die bis zum Knochen reichen, aber noch nicht. Wie im Stadium 4 die Knochenklatze darstellt, wo der Knorpel komplett weg ist. Wenn ich einzelne Insel von Knorpel-Elementen habe und die Regulation einsetze, können diese Knorpelareale immer wieder größer werden und es bildet sich wieder eine schöne Knorpelstruktur. Das ist dann, wenn Grad 3 nach Grad 4 ist. Das heißt also, Ziel ist, dass wir, und das machen wir in der Medizin, die Regulationsblockade auflösen. Wenn wir Schmerzen bekämpfen, indem wir Bausteine liefern, wie Glucosamine, Hyaluron, Säule, Kollagen, Dimethylsophon, dieser aktivierte Schwefe, von dem schon der Hahnemann in Paris sagte, der Landbevölkerung, die verweichlicht ist, gebe man Schwefe. Hahnemann, vor fast 200 Jahren. Das heißt also, diese Gluconolaktone, festigtes Bindegewebe, dann Vitamine D und C und Zink und Selen und Kupfer. Ach, das waren doch die, wo wir auch vorhin schon betrachtet haben. Das heißt also, genau unsere dritte Linie der Verteidigung wird nämlich mit Kupfer und Zink stabilisiert. Und Selen ist ein Mineral, mit dem jede Körperzelle entgiftet, nämlich ein Enzym, die Glutathionperoxidase heißt. Und dieses Enzym arbeitet nur, wenn genügend Selen da ist. Jetzt haben wir aber in Deutschland nicht nur ein Jod-Mangelland, sondern auch ein Selen-Mangelland. Je weiter ich vom Norden nach Süden komme, nach Bayern oder noch schlimmer nach Österreich, die haben ja keine Mehranbindung, ist der Selen-Spiegel deutlich gesenkt. Und genau Selen ist das Hauptmittel, wenn die Menschen kommen mit einer Schilddrüsenentzündung oder einer Prostata-Entzündung. Da guckt nämlich keiner nach Selen. Und wenn ich meine Patienten dann manchmal beobachte, und da kommen sogar Kollegen, und die sagen, sie haben eine Prostata-Entzündung, sage ich, ah ja, das ist nicht gleich Krebs. Das heißt, nur die Prostata entzündet. Und da ist Selen eines der wichtigsten Mineralien für die Entzündung. Und dieser Knorpelschahn nach Sturz, den möchte ich Ihnen kurz zeigen, das ist eine Lehrerin gewesen, die war mit dem Hund spazieren, der war ein herrlicher Sommertag. Da widderte der Hund wild, zog an der Leine, die Helga stürzte aufs linke Knie. Glücklicherweise konnte sie per Handy ihren Mann erreichen, der dann an den Waldparkplatz kommt, fuhr sie in die nächste orthopädische Klinik, Helga, Lehrerin, Privatpatient. Bing, bong, klar, gleich CT-Untersuchung. So ist es. Knorpelschaden Grad 3 bis 4. Man wollte es in der Klinik gleich operieren, das lehnte Helga ab, und kam zu mir am nächsten Tag in die Ordination. Dann habe ich die Zunge von Helga betrachtet, gelbschleimlicher Zungenbelag. Tiefe Risse im Zungenkörper, ich verordnete ein Enzympräparat und zweimal täglich 10 Milliliter davon mit Silicea unter Nummer 1. Hart- und Weichmacher hatte ich Ihnen heute Morgen erzählt. Strukturgeber Silicea unter Hart- und Weichmacher. Zweimal eine Tablette vor dem Essen, mindestens acht Wochen. Telefonanruf drei Wochen später, es ging ja besser. Nach acht Wochen konnte Helga beschwerdefrei wieder Spaziergänge durchführen. Nach sechs Monaten Kontrolle beim Orthopäden. Aber nicht bei dem, wo sie war, sondern ein anderer, der unvorgenommen den Fall beurteilt. Und dieser hat dann Grad 2 diagnostiziert. Und dann zog Helga ihren Befund raus. Und dann war der völlig verblüfft über den Vorbefund. Das heißt, wir können mit Struktur, mit Schüsselersalzen die Bausteine wieder dorthin manövrieren, wo sie müssen. Wenn wir nur irgendwelche Hyaluronsäureinjektionen machen, was sehr viele Orthopäden machen, werden wir den Erfolg nie erleben, was wir hier beobachten. Das heißt, Schüsseler reguliert. Das heißt, Helga war total von der Tatsache entzückt, nicht operiert zu werden. Was ich aber hier zeigen möchte, ist, dass wir eines klar sein müssen. Die Heilung macht der Körper. Da können Sie sich auf den Kopf stellen. Das heißt, wir liefern die Bausteine und die potenzierten Schüsselersalzen regulieren. Und das ist genau das, was ich sagen möchte. Wer sagt, ich will das nachlesen. Draußen gibt es ein paar Bücher am Infostand. Gelenkknorbel, Schüsseler für den Knochenaufbau 1 und 2. Für die Gelenkflüssigkeit 11 und 8. Wasserregulator die 8. Immer wieder wichtig. Und da denkt aber keiner dran, dass mit Schüsselersalz 8 ich hier die Knorpelflüssigkeit aktivieren kann. Und die brauche ich ja, weil der Knorpel kein Blutgefäß hat, zur Regeneration. Versteht ihr? Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Und das draußen regnet, mache ich ja weiter. Also, das heißt, Calcium, Fluoratum, Hart- und Weichmacher, Verlust der Elastizität, Schlaffung des Gewebes, egal auch wo, verhärtete Drüsen, Atherome am Kopf, die schneidet der Schurig weg und drei Monate später kommt an der Stelle wieder eins raus. Warum? Weil hier eine Drüsen-Schulzstörung vorliegt. Die sind harmlos. Am Atherome ist noch keiner gestorben. Harte, rissige, hornige Haut. Das ist alles die Nummer eins. Und Nummer zwei, Genesung und Aufbau. Erinnern Sie sich, Post-Covid, hatte ich heute Morgen gesagt, Post-Covid ist Calciumphosphorikum. Diese Knochenbildung, diese Wachstumsschmerzen bei Jugendlichen, die Zahnungsbeschwerden oder die häufigen chronischen Krämpfe. Und das senile Hautjungen ist das Jucken des alten Menschen, wo man keine Ursache findet. Weder die Harnseule ist erhöht, noch der Zucker, noch Galle. Harnseule und so weiter. Das ist Calciumphosphorikum. Der Wasserregulator. Zu wenig Wasser ist eine trockene Haut. Trockene Schleimhaut. Zu wenig Wasser im Darm ist die Verstopfung. Zu viel Wasser ist der Durchfall. In der Haut zu viel Wasser sind wässige Bläschen. Das ist eine Tatsache. Das reguliert die Nummer acht. Und deswegen muss ich sagen, haben wir häufig so ein Chaos. Und hat es wenig Sinn, wenn da unten die Ampel auf grün springt, oder sich da innen vielleicht noch ein Polizist hinstellt. Sondern dieses Chaos werden Sie nie lösen. Wenn Sie nicht einzeln da angehen und sagen, dieser Bus fährt jetzt weg, dann kann der rückwärts fahren, dann biegt der rechts ab. Und so müssen Sie wieder Struktur in den Organismus bringen. Und ich denke, dieses Bild ist bezeichnet für den chronisch kranken Patienten. Wir haben aber heutzutage ein Riesenproblem, gerade mit Abwehrsystemen. Und diese natürlichen Killerzellen, von denen ich bereits sprach, können wir zusätzlich durch Enzyme aktivieren, nämlich Lysefunktion der NK-Zellen bis zu 180% im Labor steigern. Das heißt also, was ein gesundes Immunsystem braucht, ist erstmal die erste Säule, sekundäre Pflanzenstoffe. Ja, das ist das Bunte. An zweiter Stelle die Pospiotika, das sind Lysade gesunder Milchsäurebakterien. Dann haben wir Enzyme für den gesunden Stoffwechsel. Und in die vierte Säule sind die Mikronährstoffe aus Vitamine, Mineralen eine optimale Nährstoffversorgung. Und erst wenn die vier auf vier Säulen steht, diese Vollversorgung gewährleistet ist, kommen sie bei chronisch kranken Patienten aus dieser Dilemma von der Fotografie wieder heraus. Und das muss uns klar sein. Und wenn wir das mitnehmen, dann haben sie mehr verstanden. Das ist zum Beispiel Regular Pro Immune. Es ist ein Präparat von vielen, das sich aber bei mir sehr bewährt hat. Wir haben draußen Infomaterial, nehmen Sie es einfach mit. Ich sage, wer die Schüßler-Salse noch nicht kennt und näher sie zu wissen möchte, ich habe mit Herrn Hartlieb ein Büchlein geschrieben, hier die Zwölf-Schüßler-Salse, anlässlich 200 Jahre der Geburtstag von Schüßler hier in Bad Zwischenarm. Die, die wir dabei hatten, hat glücklicherweise schon die größte Anzahl der Anwesenden aufgekauft. Aber wir können nachliefern bei Frau Schild. Die hat noch ein paar. Und die können Sie dort kriegen. Mit Signatur, wenn Sie wollen. Ich sage an dieser Stelle, wir lenken unser Blick auf den Meister persönlich. Und wir werden heute Abend einen tollen Vortrag hören mit Professor Schröder. Wir werden morgen mit Professor Ohm einen Vortrag zur Person. Und ich werde morgen Abend dann einen Vortrag halten über die Fallbeispiele aus der Weltliteratur, wo wir zeigen können, dass die Schüßler-Salse wirken, heute, morgen und in die Zukunft. Und in diesem Buch haben wir tatsächlich den Hintergrund von Schüßler beleuchtet. Vor über drei Jahren hatte ich die Idee, aber mit Professor Ohm habe ich einen Historiker gefunden, der akribisch arbeitet. Er geht ins Detail. Er deckt in internationalen Bibliotheken, ob in Deutschland, ob in Prag, also in der Tschechei, Dinge auf, das über Jahrzehnte verborgen war. Und das haben wir alles zusammengestellt in diesem tollen Buch. Arzt aus Leidenschaft, die Biografie. Ich kann also Professor Ohm nur danken für seinen Geist, den er hier eingebracht hat mit seiner Akribie und feinen Spürnase. Und ich bin froh, dass wir den Herrn Kamphausen getroffen haben, der als Verleger dieses Buch rausgebracht hat. Und er ist in jeder Buchhandlung erhältlich in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und natürlich auch hier am Bücherstand. Und wer signiert haben will, ich bin bereit dazu. So, das alte Büchlein von mir jetzt schon in der elften Auflage, die Antlitz-Diagnostik für den Anfänger gedacht. Wer die ersten Schritte marken möchte, das ist so ein Anfängerbuch, wo Sie auch gerne mal weitergeben können. Es sind 20 Fallbeispiele aus der Praxis drin, sodass man sieht, Regulationsmedizin, was ist das? Solche kleine Booklets sind auch erschienen über die Knosten, über die Vitalpilze, über die Kraft der Heilpilze und Heilpflanzen, damit einfache Bürger erkennen können, welche Heilkraft in der Natur uns zur Verfügung steht. Und das vierte oder das fünfte eigentlich ist es schon, ist das zu Schüßlers 200. Geburtstag. Hier liegt ein Stapel draußen am Mars. Das ist genau das Büchlein mit den zwölf Grundsalzen. Und da wir alle happy sind, dass wir hier zusammenkommen dürfen, nach all der Zeit und nach all der Planung, kann es stattfinden. Ja, nein, die Schilds sind ja durchgedreht mit den Vorschriften. Ganz, ganz großer Applaus direkt an dich und die Dorina und dem ganzen Präsidium, dass das hier hat stattfinden können. Merci vielmals. Vielen Dank. Applaus